Uppavishta Halipavasana ist eine Variation von Halipavasana im Sitzen. Raffaella zeigt, wie es geht. Setze dich auf eine Ferse, während du die Zehenspitzen am Boden hast. Zum Beispiel hast du die linken Zehenspitzen auf dem Boden und die linke Ferse im Anusbereich. Gib dabei das linke Knie auf den Boden, gib die rechte Fußsohle flach auf den Boden und dann fasse mit der rechten Hand auf das rechte Knie und mit der linken Hand auf das linke Knie und sitze aufrecht. Diese Stellung hilft dir, eine innere Ruhe zu bekommen und gleichzeitig dich vorzubereiten, etwas Wichtiges zu unternehmen.